und das können wir dann gleich ja da sind ja gut also ich bin wie gesagt in der linken regional high school ein bisschen außerhalb von boston und der heritage high school also beide so sagen wir mal vorortsmilieu und die schulen haben so gewisse ähnlichkeiten wenn sie gleich sehen in der in der präsentation und wir freuen uns sehr dass wir heute jetzt hier mitmachen dürfen also wir gehen eigentlich davon aus was man im klassenzimmer macht ist natürlich sehr sehr wichtig ohne den normalen unterricht könnten die schüler überhaupt kein wort deutsch aber der sprachunterricht im klassenzimmer ist für uns eher ein training und der gab austausch ist dann eigentlich das spiel und ich erkläre es meinen schülern dann immer so weil bei uns an der schule ist spielt fast jeder schüler in irgendeinem team und ich erkläre das dann so ihr würdet dann auf keinen fall nur zum training gehen ohne ins richtige spiel zu kommen und der austausch ist ja eigentlich das spiel und deswegen muss man sich echt überlegen als deutschschüler jetzt auch in dem austausch mitzuwirken mitzumachen also wenn man nicht unbedingt gastgeber werden kann gibt es dann für die schüler auch andere rollen wo sie wo sie mitwirken können wir haben unseren austausch mit dem gymnasium für hofen seit 2009 also das ist wie die natasche gerade sagte das ist in niederbayern nicht weit von passau wir fahren jedes jahr im sommer direkt auf den letzten schultag so drei wochen und die schlusshofener kommen zu uns im herz die kommen jetzt am 15 oktober also knapp vier wochen sind sie bei uns und bleiben hier dann auch drei wochen das machen wir jedes jahr inzwischen haben wir dann auch fast jedes jahr schüler die etwas länger entweder am link in sudbury oder in schlusshofen zeit verbringen entweder ein halbjahr oder ein ganzes schuljahr als austausch schüler und dann herr willst du dann vielleicht ein bisschen was über den austausch mit soos erzählen sehr gerne meine schule heritage high school wie john gesagt hat ist eine art ist doch eine stadt bis eine kleinstadt vor ort quasi auch in washington dc ballungsgebiet und wir sind ja seit 2002 mit einer gesamtschule in soos hannah-ahrendt gesamtschule jedes jahr kommen sie uns um die osterseite rum dieses jahr sind das die drei wochen vor ort und wir fahren dann machen einen gegenbesuch immer im sommer unserem austausch ist ein ganz ganz wichtiger bestandteil an unserer schule denn es gibt viele schüler die eigentlich wie das schon angesagt hat in der letzten präsentation daran teilnehmen die eigentlich nicht deutsch lernen aber dann später dann doch inzwischen wir haben ja was john eben angesagt hat diese längeren austausch möglichkeiten machen wir nicht aber dadurch kommen unsere schüler aus soos immer wieder zu uns und dann bleiben länger und unsere schüler auch nach soos es gibt ja auch weil mein unterrichtsraum auch auch eine art trainingsraum ist das echte spiel passiert eigentlich in soos und deswegen kommen meine schüler immer wieder nach soos ohne ich sag immer ohne papa hell inzwischen opa hell aber das ist auch natürlich der zweck beziehungsweise meines unterrichts und darum geht es eigentlich alles im unterricht egal ob in der ersten oder in der sechsten stufe deutsch dass man immer wieder versuchen soll irgendwie nach deutsch zu kommen und das ist hier eine ganz tolle gelegenheit beziehungsweise möglichkeit das land zum also mit der also mit der mit einer sicheren gruppe quasi das land kennenzulernen stimmt ja und ja sollte ich vielleicht auch mal erwähnen wenn wir im sommer da sind so wie die wie der herr jetzt gerade erzählt hat da begegnet man im sommer immer wieder ehemaligen schülern die aus irgendwelchen anlass wieder da in füßen sind die besuchen entweder besuchen sie freunde oder sind bei denen bei den ehemaligen gastfamilien was heißt bei den ehemaligen gastfamilien einmal gastfamilie immer gastfamilie und das ist immer eine tolle sache also wenn man meinetwegen in die eisdiele geht und dann auf einmal heißt es hey frau campbell ich bin wieder da ist wirklich eine sehr schöne sache also was anschließend entschuldigung was ich sagen möchte ist ja man kann ja nie wissen das schöne an dem gabprogramm man kann ja nie wissen was für wirkungen wir haben auf unsere schüler und das sehen wir nur das sind ja das ist ja eigentlich oben des eisgipfels was wir da eigentlich sehen es laufen unter uns vieles was wir überhaupt nicht wissen und ab und zu mal bekommen wir postkarten für diesen ganz tollen partnerschaften die über die jahre hindurch entstanden sind mit einer postkarte aus peru zum beispiel habe ich bekommen von zwei mädchen die in so zusammen waren solche geschichten gibt es auch bitteschön schön schön also wir bringen jetzt also einige beispiele von unseren spieltaktiken so zu sagen wie wir gab in der schule erfolgreich einsetzen erst thema integration der deutschen schüler und das macht jetzt der herr ok john wird auf der nächsten seite mehr informationen über rented german mietet einen deutschen erzählen weil ich mache das aber ich habe das so nicht genannt das geht eigentlich darum für in diesem fall auf unserer seite amerikaner die überhaupt nicht mit dem program zu tun haben dass sie einen deutschen mieten das heißt die nehmen einen deutschen oder eine deutsche mit mit sich in die anderen fächer und überhaupt in die schule für den ganzen tag wenn die deutschen oder wenn die amerikaner bei uns oder drüben sind natürlich ist es natürlich an erster stelle da die sowieso bei mir nur drei wochen sind so schnell wie möglich die einzubinden in den alltag der schule der schule und das kann man ganz gut machen mit referaten und präsentationen die die schüler in so vorbereitet haben und die machen das auf englisch beziehungsweise wenn die bei mir sind auch auf deutsch aber ich habe das so auch gemacht dass wenn wir im washington dc sind die machen ihre präsentationen vor einem irgendeinem denkmal und das natürlich bringt auch eine historische note dazu es geht immer darum dass die schüler die zwei gruppen alles gemeinsam erleben ich bin der meinung die ausflüge und alles was wir organisieren das ist einfach die kulisse kulisse die bühne beziehungsweise das spiel läuft immer zwischen den schülern ab und nicht wir sind eigentlich immer im hintergrund egal was wir machen sei es kegeln sei es ein picknicken das gemeinsames erlebnis damit die leute näher in verbindung kommen können für wenn die deutschen bei uns sind versuche ich ja immer wieder diese deutschen naja wie du sagst john auszumieten ich schicke die zum beispiel in sekretariat und sie sollen die auch die wichtigen ansagen geben die gehen ja auch die arbeiten im sekretariat und ich sag ihnen immer ihr seid mein bestes stück pr für mein deutschprogramm und seht mal so dass ihr das so macht wie ich das mir vorstelle deswegen seid ihr da naja es gibt andere gründe aber ich ich sag ihnen das ist die wahrheit auch von meiner seite wie ich das schon erwähnt habe schüler gehen ja in andere fächer ohne mein wissen und die meine kollegen die kommen ja zu mir zurück und fragen immer wieder wann kommen die wieder mich besuchen und dann mache ich dann einen termin mit ihnen um sicher zu sein dass die meinetwegen in die chemiestunde wieder gehen denn die was ich gelernt habe im laufe meiner zeit ja mit dem gabprogramm ist dass die amerikanischen schüler so wie auch die lehrer die interessieren sich sehr für das schulsystem deutschland und es die merken wie das eigentlich nicht so gehandhabt wird wie in den usa bei uns an den schulen dankeschön okay dann geht es jetzt ein bisschen weiter wir werden also etwas näher erklären was wir mit diesen programmen mit diesen ganzen begriffen meine nun erstens werde ich jetzt ein bisschen was erzählen über unser programm an linken february rent a german ich weiß es gibt dann auch dieses programm vom goethe institut aber meine schüler haben irgendwie vor zehn zwölf jahren diesen begriff erfunden und es funktioniert ganz toll bei uns an linken also es geht darum in der regel kommt uns aus wies hofen maximal 20 schüler und das heißt wir haben maximal 20 gastfamilien 20 lf schüler die etwas näher informiert sind mit diesem austausch und das fanden wir eigentlich langsam schade weil in weil wir inzwischen ungefähr 180 bis 190 schüler an linken february haben die deutsch lernen und meine kollegen und ich wir waren halt der meinung alle sollten eigentlich von diesem austausch profitieren die austausch schüler aus deutschland machen natürlich im unterricht mit aber dann eher so als gruppe und dann wollten wir irgendwie so eine methode finden damit die anderen schüler die eben niemanden aufgenommen haben vom austausch dass die etwas einen etwas näheren kontakt zu den deutschen austausch schülern finden konnten und so entstand dann rent a german es geht darum so ungefähr zwei wochen vor der ankunft unserer austauschpartner meine kollegen und ich will machen wir machen so ganz große tabellen mit den stundenplänen von anderen schülern im deutschprogramm die gerne einen schüler ausbildung in die eine oder in die andere unterrichtsstufe mitnehmen möchten es sei denn die haben dann also eine bio stunde die sie besonders interessant finden oder was ganz gut ankommt bei uns sind die ganzen wahlfächer die man eben in den usa hat und vielleicht nicht so sehr an deutschen gymnasium so sagen also die kunstangebote bei uns beispiel metal arts jewelry making etc das alles findet man eben nicht an einem gymnasium und das ist für die deutschen sehr interessant also meine schüler und die schüler meine kollegen tragen sich dann in dieser großen tabelle ein und dann erstellen wir so langsam einen kleinen stundenplan für alle gäste aus buchsen damit sie ungefähr nach dem dritten unterrichtstag bei uns an der schule mit anderen schülern in den unterricht gehen das ist dann natürlich profitieren die schüler die die deutschen mitnehmen davon weil sie sie etwas näher kennenlernen die gastgeber wir haben dann auch inzwischen gelernt dass es für die gastgeber auch was ganz positives ist denn also für ein teenager 24 stunden am tag rund um die uhr drei wochen lang mit einem austausch partner zusammen das ist zwar ganz nette sache aber irgendwann einmal braucht man eine kurze pause und tagsüber in der schule haben sie dann diese pause in dem die freunde dann den austauschpartner in die eine oder die andere stunde mitbringt das ist für die deutschen schüler auch sehr interessant denn die 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 sehen also eigentlich die breite des angebots bei uns sind nicht nur darauf begrenzt immer mit den partnern in die gleichen unterrichtsstunden zu gehen sondern die können dann auch die können sich dann auch andere fremdsprachen angucken also sportangebot etc ein bisschen was zum organisatorischen und das trägt dazu bei dass das ganze deutschprogramm auch die anfänger so richtig involviert sind unsere schüler im anfängerkurs und in dem deutsch 2 kurs die sind eigentlich dafür zuständig diese stundenpläne für rente german für unsere gäste aus zu erstellen nachdem die schüler die tabellen ausgeführt haben meine anfänger kriegen dann einen leeren stundenplan in die hand und bereiten das vor thematisch das passt eigentlich sehr gut zu dem unterricht deutsch 1 und deutsch 2 da hat man als themen schulfächer sowieso fast in in jedem lehrwerk vor wochentage uhrzeit also das sind halt die themen die man sowieso um unterricht behandelt da hat man also wirklich was ganz praktisches und was ganz handfestes für für die schüler also wir haben das jetzt wirklich nur ganz 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 positives erlebt und für mich sind dabei immer die schönsten Momente wenn unsere gäste aus süßhofen zu mir kommen strahlend und fragen mich dann hey frau campbell bin ich jetzt die stunde gerentet in ihrem schönen denglisch das ist also wirklich eine ganz positive erfahrung für alle also und dann jetzt weiter zu den ausflügen und zu den ausflügen ich habe das schon erwähnt heute morgen dass ich quasi alle zwei tage in verbindung bin mit meinen kollegen drüben auf whatsapp das ist ja mache ich nur telefonisch sowie auch per app und wir besprechen eigentlich im laufe des ganzen jahres das was wir eigentlich mit unseren schönen vorhaben wir haben ja seitdem wir schon seit 2002 2003 zusammenarbeiten haben eine menge im gemeinsamen beziehungsweise sie wissen schon genau was meine meinung ist egal zu welchem theme ist und ich die meinung auch von meinen kollegen aber wir haben ja gelernt die ausflüge die müssen ja das die müssen ja unbedingt im gemeinsamen interesse sein das heißt dass es etwas auch für meine schüler bringt wenn wir in den usa sind man hört und staune es gibt viele schüler die bei uns wohnen wir sind ja 40 minuten von washington dc die noch nie da gewesen sind und insofern gibt es natürlich viele überraschungen für meine schüler landschaftlich sind wir alle hier in den usa sowie auch in deutschland umgeben von schönheit und da gibt's liegt auch auf der hand es gibt ja schöne stellen überall wo man picknicken kann und es sind alle wie gesagt es ist alles nur ein hintergrund eine kulisse damit die schüler besser in verbindung kommen können und einander besser kennenlernen können kulturelle sehenswürdigkeit sie sehen ja hier der donna manor das ist das ist auch unser gap projekt das ist ja wo george marshall und seine frau gewohnt haben und das hat natürlich hier in diesem haus anscheinend das war der der geburtstort von dem marschallplan und natürlich hat das unheimlich viel mit deutschland zu tun und wir besuchen das ist ja bei mir ungefähr zehn minuten die straße runter wir machen da auch den ganzen tag da haben wir eine führung von einem dozenten da und da wird auch gegessen und die haben auch ein auch ein klassenzimmer denn da kommen lehrer aus den ganzen usa dahin und die werden ja da unterrichtet in das sind hauptsächlich geografie lehrer inzwischen kommen auch lehrer aus deutschland zu diesem donna manor wie gesagt wegen des pasha programm und das wird alles eigentlich finanziell gefördert von beiden regierungen es ist ja wichtig dass dass die beiden schulgruppen schülergruppen vorhanden sind und immer das recht haben mitzumachen und hier will ich auch kurz darauf eingehen was das finanzielle angeht ich habe gelernt und das ist meine erfahrung das ist wenn wenn meine schüler an irgendetwas teilnehmen wollen die sind für das geld zuständig das heißt wenn ich wenn wir in deutschland sind und wir berlin besuchen jeder bezahlt für sich selber da ich meine kollegen sehr gut kenne die bezahlen das die rücken das im voraus und dann wenn ich da bin ich überweisen das geld von meinem konto auf ihres oder ich habe natürlich meine bankkarte und dann bekommen der spa auf die hand und es geht die machen sowieso all die sachen so ein paar monate im voraus und so habe ich es eigentlich das nie an kugeln gewesen andersrum ist es auch so wenn das nötig ist und nicht per kreditkarte gemacht werden kann in den usa weil natürlich alles hier inzwischen auch in deutschland per kreditkarte bezahlt im voraus werden kann dann würde ich das geld voraus strecken und dann bekomme ich das geld hier zurück das fand ich ja richtig so denn in einem in meinem anderen in der anderen partnerschaft habe ich immer das gefühl da kamen ja 20 schüler rüber und wir waren ja nur 10 rüber und wir haben das nicht so finanziell gesehen das heißt die deutschen haben wir uns drüben bezahlt und wir für die deutschen hier und ich fahr ich persönlich war das irgendwie unfair den amerikanern gegenüber und deswegen finde ich wenn mein schüler etwas in deutschland erleben möchte er soll eigentlich dafür bezahlen meine erfahrung meine meinung nach kurzer angewöhnungszeit also es ist ja wichtig finde ich dass man die ausflüge am am anfang der der das aufenthaltsjahr macht weil die schüler mit der zeit sie werden sie gut kennenlernen können alleine ohne uns und die haben ja natürlich andere vorstellungen für ihre abende und die und ich gehöre eigentlich nicht dazu es ist natürlich in den usa hauptsächlich dass die sich treffen bei jemand bei jemand da und egal was sie da machen aber die machen das auf eigene frau auch drüben in deutschland sei es ein fahrrad tour oder zum meiner fall zum möhnesee die machen das ohne mich und das finde ich auch richtig so denn es geht eigentlich darum dass sie einander kennenlernen und nicht dass ich da bin um das alles zu verwalten wie ich das schon eben angesprochen habe die ausflüge sind eigentlich bei uns in der tradition die kinder wissen ja wenn die in deutschland sind sie haben diese gelegenheit berlin auch zu besuchen oder hier auch new york und wir machen ja auch diese ausflüge wie gesagt und dann das hier unten ist ein foto von harper's ferry harper's ferry natürlich hat eine große historische geschichte hier in der gegend und das natürlich sehr auch was unsere schüler auch noch nie gesehen haben und da wo man steht kann man auch drei bundesstaaten sehen nämlich maryland virginia und west virginia ja und dann bin ich jetzt bei zu angelangt auch was ich gelernt habe zu viel zu viele ausflüge ist eigentlich überhaupt nicht gut denn dann hat man keine zeit sich näher kennenzulernen und auch privat um erstens und zweitens bin ich ja sowas gestresst und das gefühl habe ich denn ich kann ja kaum warten bis sie dann wieder abfliegen diese gefühle habe ich längst nicht mehr weil wir machen ja nur ein ausflug nach new york der donna merner wir machen ja einen kegel abend wir haben ja auch am padlock bei geselliges beisamsam am ende unsere tour eventuell auch ein wandertour oder fahrrad tour aber ansonsten machen wir keine größeren reisen in deutschland oder hier und das finde ich ja gut so weil wie gesagt am ende der zeit des aufenthalts ist es ja besser dass die schüler untereinander sind und ich übrigens auch mit meinen kollegen das kommt auch dazu wir gehen jetzt zu dem nächsten bild bitteschön okay gut also auch ein wichtiger bestandteil bei uns sind schülerpräsentationen an der partnerschule in deutschland und auch in den usa also unsere schüler bereiten so eine art referat hier vor zu verschiedenen themen jetzt in den usa wo die deutschen das vorbereiten also auf deutsch und auf englisch also auf englisch etwas besser für die für die anfänger also deutsch 1 und deutsch 2 auf deutsch für die höheren unterrichtsstufen also ab deutsch 3 deutsch 4 und und ap natürlich da halten sie ihre referate auf deutsch also zu verschiedenen themen wie zum beispiel es geht um schule in deutschland oder um die partnerstadt da haben wir immer eine präsentation zum thema für kuchen dann haben wir auch eine präsentation zum thema essen in deutschland und spezifisch essen in bayern weil es dort doch einige spezialitäten gibt wenn es irgendwelche besonderen ereignisse gibt in dem jahr dann organisiere ich das immer mit meinen kollegen aus des hofens dass man da auch sonderreferate hat dieses jahr hatten wir auf in deutschland also das heißt meine schüler die haben natürlich über die wahl präsentiert weil das ein sehr interessantes und aktuelles thema in deutschland war und die für hofner haben bei uns letztes jahr ein sehr interessantes referat zum thema flüchtlinge in für hofen also nicht so weit und breit in deutschland generell sondern flüchtlinge in für hofen und wo sie unterbracht werden und wie die wie die viel hofner eigentlich mit diesen gästen sagen wir mal in der heimat heimatstadt da umgehen in deutschland meine schüler präsentieren zu ähnlichen themen also sport kommt immer sehr sehr gut an und dann schauen wir mal dass wir zum teil eine gewisse ausrüstung mitbringen das ist inzwischen eigentlich soweit dass meine kollegen in zu hofen die auch sportlehrerin ist die ist voll ausgerüstet für ein baseball spiel und langsam wird inzwischen auch was für lacrosse weil jedes jahr bringen die schüler irgendwelche geschenke mit und man dann auch immer also sport ausrüstung ist immer ist immer sehr erwünscht sagen wir mal das ist dann auch gut also man bereitet hat so eine powerpoint oder prezi oder keynote vor und die dinge behalten wir dann auch auf usb stick und die kann man dann immer wieder hernehmen für den unterricht in deutschland und in den usa wenn das eine oder das andere thema kommt dann haben meine kollegen und ich hier in den usa also immer wieder auf diese berate zurückgegriffen um einige dias zu zeigen oder so und ich weiß das von den kollegen in zu hofen die haben auch immer wieder auf unsere referate unsere referate zurückgegriffen also vor allem da wo es mehr englisch lehrer gibt die schüler schaffen das in deutschland nicht immer in jede klasse zu kommen aber wenn man die referate dann nachher elektronisch hat dann können die lehrer das auch im unterricht im unterricht zeigen nachher werde ich dann noch ein bisschen was über ein sonderprojekt für dieses jahr sprechen das hat sich eigentlich aus diesen referaten ergeben denn wie gesagt letztes jahr haben schüler aus fies hofen zum thema flüchtlinge in fies hofen was präsentiert und meine schüler waren so also begeistert und betroffen von dieser information dass sie im sommer wirklich aktiv werden wollten und eine art integrations arbeit mit den flüchtlingen vor ort in fies hofen unternehmen wollten also darüber werde ich werde ich noch etwas ausführlicher berichten aber nur damit sie das wissen das hat sich eigentlich aus diesen präsentationen ergeben das machen wir auch wie herr sagte mit den ausflügen die präsentationen also die referaten machen wir auch ziemlich gleich am anfang also nach den ersten paar tagen weil also da ist noch ein gewisser jet lag im spiel und die schüler müssen sich so ein bisschen ein leben aber also normalerweise erst also ab dem dritten tag macht man das und dann lernen lernen die schüler sich auf beiden seiten etwas etwas besser kennen das ist nicht nur auch der typ der da hinten in der ecke sitzt sondern ach das ist ja der jonas der uns über deutsches essen erzählt hat also da hat man etwas besseren draht zu den austauschpartnern generell und jetzt zum nächsten thema also gemeinsame projekte dankeschön john aber wir fahren jetzt ganz schnell zurück denn ich möchte ja ganz kurz auf das ganz tolle abend hinweisen und zwar ich versuche das hier ganz schnell zu lesen ich will nicht sein wie die anderen sondern auch in meiner art ernst nehmen und dazu quasi ja zur gemeinschaft beitragen dadurch dadurch gerade entschuldigung gerade durch respektierte vielfalt lebt die gemeinschaft gesellschaft und das ist eigentlich was wir als deutschlehrer wir sind ja in der regel einzelgänger oder höchstens zwei deutschlehrer an einer schule und wir wissen was das heißt ja dass wir unsere eigenen beitrag ja leisten müssen um der welt zu zeigen wie toll das eigentlich ist ja die deutsche sprache zu lernen und das machen wir eben durch in diesem fall durch das gab programm an meiner schule an den meisten schulen in usa ist bestimmt auch der fall dass wir die einzigen sind die eigentlich jedes jahr überhaupt ein blick in eine andere welt haben durch unsere austauschprogramme und das finde ich natürlich toll und hier gemeinsam projekte das natürlich ein ganz tolles ganz tolle pr-taktik und ihr seht ja es hat geklappt dieses jahr angela hatte doch beziehungsweise ich hatte dieses jahr zeit für angela das ist meine rechte hand meine damen und herren und das hat das war eine ganz schöne zeit der kaffee hat sehr gut geschmeckt und wir haben natürlich ganz tiefe gespräche geführt kontakt mit anderen schülern inzwischen wo wir ganz tolle sozial netzwerke haben skypen app instant messaging und facebook und so meine schüler also unsere schüler kennen sich schon monate im voraus bevor sich eigentlich eigentlich am flughafen treffen das finde ich ja gut denn die können ja einiges natürlich nicht nur über ihre eigenen familie anderen familien kennenlernen und wo die denn wohnen werden sondern auch besprechen ein gemeinsames projekt besprechen was die denn ja präsentieren wollen egal ob das in deutschland oder in soos oder in leesburg ist und und das hat natürlich eine menge arbeit von uns inzwischen weggenommen weil das mit dem wie sieht er aus wie sieht er aus was mag der wie viele kinder das könnte ich selber erfahren das machen die auch ich habe auch alleine ich mache das auch im unterricht wir skypen ja mit der schule das heißt wir sehen die ganze gruppe und die sehen uns die sehen auch wir alle sehen wie die klassenzimmer ausschauen und das natürlich bringt auch eine menge ruhe in die ganze gruppe denn auch begeisterung das liegt auch auf der hand denn die haben schon ein gefühl wie das denn da drüben ausschaut welche talenten und rest es gibt immer welche schüler auf jeden fall bei mir die gut tanzen und singen können und das haben inzwischen auch von mir gelernt haha sagt er sarkastisch ist aber wahr und das bringen die auch rüber nach deutschland und so die deutschen haben auch schöne und gute musik und das bringen sie auch zu uns rüber ja ich glaube ich bin damit fertig weil wir wenig noch nur noch neun minuten haben ja okay so dann ganz schnell also ein paar beispiele von gab projekten die wir bis jetzt gemacht haben also ein projekt von uns in süß hofen war eine mit mir wirkung bei einer ganz beliebten touristenattraktion in der partnerstadt und zwar bei dem donauplanetenweg der eigentlich von einem kollegen an dem gymnasium süß hofen helmut eckel ins leben gerufen worden ist das ist also eigentlich ein modell von den planeten also angefangen mit der sonne direkt an der marienbrücke in süß hofen und geht dann weiter also bis zum letzten planeten also ich bin also astronomisch leider also etwas überfragt aber es geht weit also in der letzten zeit kommen halt immer mehr englisch sprechende touristen nach süß hofen und zwar deswegen weil der hafen in passau das ist der nächstgrößte stadt da bei süß hofen der hafen wird halt immer voller und für die ganzen kreuzfahrtschiffe gibt es weniger platz und das heißt die kommen inzwischen mehr nach süß hofen weil es auch da an der donau liegt und da sind auch so ein paar attraktionen bei uns in unserer kleinstadt also donauplanetenweg so ziemlich nummer eins auf der liste da ist ein app mit dem smartphone wo es eine erklärung der einzelnen planeten gibt und der kollege der herr eckel war eigentlich sehr daran interessiert dass es auch ins englische übersetzt wird und das haben dann vor vier jahren meine schüler gemacht wir haben die texte von ihnen bekommen die haben auch elektronische wie herr gerade erwähnt hat also entweder über whatsapp oder facebook oder snapchat haben sie mit ihren austauschpartnern zusammen gearbeitet um diese texte ins englische zu übersetzen und dann sind wir an einem einen tag ins tonstudio gegangen und wir haben das aufgenommen und heutzutage ist es noch so also wenn wir diese tour am donauplanetenweg machen meine schüler können also ihre mitschüler hören zum teils sind es ja auch geschwister von denjenigen die jetzt mitfahren und das hat uns was gebracht das hat der partnerstadt auch was gebracht also haben wir eine ein offizielles dankeschön von dem bürgermeister bekommen ist also wirklich ganz gut angekommen noch ein beispiel ist ein schnupperkurs den wir gemacht haben für die grundschule beziehungsweise für für die mittels bei uns auch in verbindung mit unserem medco programm also wenn das ihnen nicht sagt das ist ein sonderprogramm in der stadt boston wo schüler aus der innenstadt sind in der regel schüler afrodeutsche afroamerikanischer herkunft und sie fahren halt jeden tag mit dem bus zu uns in sudbury oder anderen vororten und gehen da zur schule die die meisten also von denen gehen hat so automatisch in den sparen kurs was ich irgendwie ganz schade fand weil ich gemeint habe die können auch von deutsch irgendwie profitieren und dann haben wir dann hat mit diesem schnupperkurs angefangen wo die schüler aus fürs hofen dann in diesem mittelschool fahren und mini deutschkurs machen mit so sagen sie nein mein name ist ich komme aus ich bin 16 jahre alt und so und dann kriegen sie natürlich schokolade als belohnen also wenn sie die frage ein bisschen zum teil gelernt haben und wir haben gemerkt seitdem wir das machen ist die anzahl der medco schüler im deutschprogramm also wesentlich gestiegen also wir hatten jahre also was wirklich vielleicht nur ein kurschüler im ganzen deutschprogramm war und inzwischen sind in der regel also acht bis zehn also was wirklich für unsere gefühle also echten fortschritt ja und dann also zusammen mit also hat gerade erwähnt die rolle von musik und tanz und das ist auch ein programm dass wir mit unseren medco schülern zusammen organisiert haben und zwar medco gab tanzfest machen wir einmal im jahr dass beide seiten ein bisschen was von der tanzkultur miteinander teilen also die ls schüler haben walzer schuhplatten natürlich volkstänze gelernt und die medco schüler haben so mini unterricht gemacht für crumping salsa und hip hop die ganze schule wird eingeladen und das ist immer wirklich so wie man in jeder bayern so schön sagt also ein gaudi das ist wirklich ein highlight von diesem austausch drittes projekt war dieses jahr ich habe schon erzählt wir hatten ein referat zum thema flüchtlingssituation in fürs hofen und dabei festgestellt dass es eine gruppe von ungefähr 40 jugendlichen aus syrien aus aus dem iran afghanistan in fürs hofen sind die wohnen in einer ehemaligen hauptschule in dem kloster schweigelberg und die idee kam eigentlich von meinen schülern überhaupt nicht von mir wir organisieren immer eine große party zum ford der juli da in der schule und meine schüler haben mensch frau campbell können wir das nicht für die jungen also oben im schweigelberg machen dass die dann ein bisschen was von 4 juli haben das haben wir gemacht das haben wir organisiert das sind also ungefähr 25 jugendliche also sind alles männlich denn also man lässt die tochter nicht alleine aufwandern das sind unbegleitete jugendliche und deswegen also alle männlich wir haben das fest organisiert und das kam halt unheimlich gut an also wir hatten so wie traditionelle amerikanische spiele also twister bobbing for apple diese spiele waren in der regel also wirklich mehr eisbrecher für die schüler damit damit sie überhaupt ins gespräch miteinander kommen und irgendwann also nach 20 minuten oder so hat man geschaut und das waren dann nicht mehr die amis und die flüchtlinge sondern halt 40 jugendliche die zusammen einen schönen nachmittag genossen haben also als letztes haben wir dann einige foto von unseren schülern also in berlin und auch in der partnerschule bei verschiedenen angeregenheiten und oben sehen sie bilder von von unserer arbeit im schweikelberg mit den mit den flüchtlingen also das war wirklich es war ein wahnsinniger tag ein wahnsinnig schöner tag den keiner vergessen wird also ein schüler hat zu mir gemeint mensch frau campbell das sind geschichten die hört man in den nachrichten oder liegt man im internet aber heute nachmittag der hassan so hat einer geheißen der hassan hat mir eine erste person darüber berichtet und das ist wirklich jetzt was ganz anderes als wenn man das nur in den nachrichten hört also damit sind wir eigentlich so fast am ende unserer präsentation helft du würdest vielleicht zu den fotos noch ein paar würdchen sagen und wenn sie dann Fragen haben bitte dankeschön dankeschön für die ganz tolle ausführung von diesen ich habe nur zusammenfassend was zu sagen ich hoffe dass ihr gesehen habt dass das spiel was wir natürlich hier spielen ist eigentlich ein win win für beiden seiten und public viewing kann man nicht nur in deutschland sondern auch in den usa machen sondern aber wir sind natürlich nicht die zuschauer sondern auch die spieler in diesem fall und wir hoffen dass wir das weitermachen und das auch so auch habe ich uns auch heute ein schönes zitat von einem leider verstorbenen mann er heißt goethe ausgesucht und er hat gesagt die beste bildung findet ein gescheiter mensch auf reisen und ich glaube wir können ja alle davon ausgehen darum geht es eigentlich hier die welt besser kennenzulernen durch eben in diesem fall das gab programm ich habe auf jeden fall unheimlich viel von deutschland gelernt möchte das weitergeben und das ist hier die beste art und weise für mich auf jeden fall gefunden ja das weiter zu geben an die nächsten generationen ich hoffe dass sie das auch spüren und dass sie hier auch einige ideen und ansporen und vielleicht ein bisschen mehr enthusiast bekommen haben für uns und dass sie auch dieses jahr dann ein bisschen besser mit dem gab programm mit ganz tollen elan vorangehen können dankeschön vielen vielen dank das war ein sehr toller vortrag ihr habt mit leben gefüllt gezeigt was ihr macht was man mit gab alles machen kann und ich finde es ganz toll wie ihr eure austausche aufbaut und welche projekte macht und ich glaube da kann man viel mitnehmen und vor allem die beispiele wir nehmen uns jetzt trotzdem es ist ein bisschen knapp aber wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit für Fragen falls sie Fragen haben schnell reintippen und sehr gerne gerne auf 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 Vielen Dank.